Moin ihr Sonnenscheine, Polizeischuss am Ostbahnhof. Mann war bewaffnet. Der am Berliner Ostbahnhof von einem Bundespolizisten angeschossene Mann war nach Angaben der Behörden bewaffnet. Er habe am Montagabend eine Polizeistreife mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht, sagte eine Bundespolizeisprecherin. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge am Oberschenkel verletzt. Der Schuss fiel demnach gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofshalle in der Nähe der Bundespolizeiwache. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur 16 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich wechselnde Bewölkung mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad und einer Tiefsttemperatur von 12 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin stark bewölkt mit einer Höchsttemperatur von 24 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 14 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 24. Juli von Albert Einstein. Logik bringt dich von A nach B. Fantasie überall hin. Ah ja, und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn und passt auf euch auf. Salut hier aus Berlin. Hm, 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 hm Vielen Dank.